hallo liebe fabela gaming zuschauer hier sind fabian und und wir sind zurück auf dem elden turm bei zelda breath of the wild und wir müssen uns mal ganz kurz umschauen ich glaube das war der schrein wo wir hinwollten ja und was ist das davor ist es ein stall habe ich auch aber dafür reichen auch noch nicht was ist da unter dem stein da unten doch 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 da ist irgendwas aber egal gehen wir nicht jetzt hin gehen erst zum schreien oh hier ist ein krux komm komm den machen wir noch haben die uns einfach da runter gekickt jetzt gibt es ihnen vorsicht er kommt wieder mit seiner komischen stachel mob keule und er hat so einen langen speer jetzt solltest du was essen okay so aber jetzt machen wir kurz den prozess mit denen weil wir können sie nicht ewig mit denen aufhalten ja genau nimm die waffe ab dann sind die nämlich nur noch halb so gefährlich ach du hast sie gut knochen mob keule 45 auf beiden seiten mit den knochen urzeitlicher tiere versehen so dass sie sich beinahe wie eine axt führen lässt mobblitz mit einer solchen waffe sind gefährlich das haben wir gemerkt die kann weg ja egal wie heißt die knochen mob lanze dort liegen noch kram guck mal so und komm da müssen wir dem krok hier mal helfen doch da drüben oder haben wir die schon gemacht gehabt da wo er drüben auch war da irgendwo genau vielleicht nicht auf die seite vielleicht auf einen auf die daneben weil da drüben war ja noch eine gehen noch mal ein stück rum genau auf der anderen seite genau auf der falschen seite da da passt er nämlich auch noch in die mitte 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 und später noch mal wieder aber hier ist eine hexe man kann auch noch kratzen dazu egal egal lassen uns zum schreien gehen kann das machen was Was für eine Hexe? Ich sehe gar keine. Da war eine Hexe. Ja? Erst mal aktivieren wir. Nein, wir gehen direkt rein. Wir machen den Schrein jetzt. Acht und wir haben neun Herzen, habe ich mir vom letzten Tag gemerkt. Hm, gut. Revali, du nützt uns da drin nur nix. Ja, und dann kann man dich nicht einsetzen. Deswegen ist das drin leider nix. Schön wäre es, wenn man ihn beim Licht einsetzen könnte. Das wäre praktisch, ne? Mhm. Aber wir wären wahrscheinlich auch nicht an den Stacheln. Was meintest du? Wäre wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen. Wäre wahrscheinlich auch eigentlich logisch studiert. Und war in den Stacheln. Hm, ja. Ich bin noch ganz genau, wie das war. Kennst du den hier? Hm. Komm, Moment mal. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Moakishito. Im Namen der Göttin Hülya sollst du geprüft werden. Die Kugel öffnet den Weg. Interessant. Und jetzt? Ich sehe da hinten diese, an der Decke, eine perforierte Wand. Ich habe momentan meine Zweifel, dass du hier hoch musst. Wieso? Weil ich glaube, dass du nach unten musst. Aber egal, geh ruhig mal weiter hoch. Mal gucken, ob du da irgendwas siehst. Ah, gut, gut, gut. Ich glaube, du brauchst sie unten. Was machst du da? Du machst hier riesen Verkehrschaos. Ich will die Bau. Ich brauche einen riesen Verkehrschaos. Ach so, du wusstest, dass man diese Kugel da nehmen muss? Ja. Weil das ist die einzige Metallne hier in dem Schrein. Und mit der musst du da unten... Kannst du die da unten ablegen? Guck mal. Nein, nein, nein. Dreh dich mal bitte. Reicht dein Strahl bis da unten? Du kannst ihn ja verlängern. Da reicht dein Strahl. Da unten ist nämlich eine perforierte Wand. Ich dachte, man kann sie da durchschlagen. Oder ist das schon Maximum? Schon Maximum. Okay, auf jeden Fall, die Kugel musst du mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht genau, wohin. Ob du wirklich mit ihr nach unten musst oder noch weiter hoch. Keine Ahnung. Nicht so. Vielleicht musst du genau unten laufen. Glaubst du, dass ich laufen muss? Vielleicht. Jetzt links. Und da oben durch die Decke. Kannst du die durch die Decke schlagen? Geht das? Nee, du hast ja aber nicht getroffen. Du bist ja auch zu weit rechts. Ja, genau. Wie so eine Abrisskugel. Eine Kiste. Eine Kiste. Da ist bestimmt ein Schlüssel drin. Aber wir brauchen einen Schlüssel. Wahrscheinlich musst du hochgehen. Ein Rhodonit nur. Okay. Dann nimm mal. Warte mal. Guck mal bitte nach oben. Ah ja. Okay. Also die war da drin. Alles klar. Nimm einfach die Eisenkugel mal mit. Trag sie vor dir her. Vielleicht haben wir es dann leichter, wenn wir da hochgehen wollen. Und vielleicht brauchen wir die auch oben nochmal. Vorsicht, verlier sie nicht. Wir haben einen. Wir haben eine Eisen. Halt sie gut fest. Ja. Da lang. Und weiter hoch. Jetzt rechts hoch. Ja, schieb die hoch. Komm. Voll der Stau da. Voll der Kugelstau. Gut. Ja, immer weiter. Wahrscheinlich schieben wir jetzt da hinten die Kugeln vor uns. Sehen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht. Das war die Lösung für diesen Schrein. Kannst loslassen. Die Kugeln ebnen den Weg. Ja, die Kugel. Klar, die Kugel ebnen den Weg. Hier hoch. Wir haben einfach alles aus dem Weg geräumt. Häh. 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 Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Rück raus. Und wir haben einfach mal eine Art Feuer und so einen Schrein an. Winzig. Also in einem Schrein. Das stimmt. Ich mag aber... Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ich mag diese Rüstung lieber als diese Ninja-Maske. Au. Der Galopp ist die schnellste Laufgeschwindigkeit eines Pferdes. Drücke im Trabenarm, um dein Pferd galoppieren zu lassen. Ja. Vielleicht können wir ja bald wieder reiten. Weiß nicht. Oh, ist aber hell geworden. Warte mal, hier war doch irgendwo ein Schrein, äh, ein Stall direkt in der Nähe. Moment. Moment. Wo war jetzt das mit dem Krog da oben? Können wir da zuerst hingehen? Das, was wir eben versemmelt haben? Aber ich fühl doch die Hexe. Die Hexe war auch weiter rechts, glaub ich. Du musst eh da rechts hoch. Nee, da hier irgendwo. Nee, die war rechts vorm Schrein. Genau auf der anderen Seite. Da hinten war die. Aber was? Hast du sie gesehen? Hm. Nee, die Hexe nicht. Aber ich weiß, dass sie da war. Wenn du sagst, dass sie da beim Gegner, äh, da unten war irgendwo. Also... Hier können wir unser Nachtlager aufschlagen. Ja, jetzt hängst du da. Meister Axe. Ist die stark? Geht so. Stärker. Ich glaub. Das wär mir da weg. Damit kann man Holz bellen. 18. Na ja, gut. Stärker. Holz. Böller. Meister. Also die Hexe war hier links irgendwo da unten irgendwo. Wie viel Bernstein haben wir denn mittlerweile? Sechs. Okay, vier fehlen uns noch. Ich kann dir sagen... Ja, da irgendwo war sie. Okay, einfach mal in die Höhle da rein. Das sieht irgendwie spannend aus. Ja. Und dann fallen mit der komischen Riesen ab. Warte mal, da liegt was. Hier. Hm? Ja. Ach, rostiger Zwein, da brauchen wir nicht. Noch ein Schrein. Gut, dann nehmen wir den Schrein mit. Ah. Diese Brücke. Haben wir die nicht auf irgendeinem Foto? Nee. Warte, warte. Schieß auf die Fässer. Feuer? Ja. Boah, der hält aber einiges aus. Muss man nicht mehr lassen. Schieß auf den Blob. Genau. Der hat aber auch ein starkes Schild. Oh, schneere Waffe. Ecke Waffe? Eis. Ja, genau. Nimm die Eislanze. Gut. Nochmal. Nimm die Waffen. Schnell. Oh nein. Ich habe sie angekriegt. Ich habe sie angekriegt. Gut. Wir hätten sie eh nicht nehmen können. Eis. Den Stark. Ja, eventuell. Schmeißt irgendwas Schwaches weg. Was denn? Das? Ja. Das? Ja. Brauchen wir doch für Wächter? Ja. Auch wieder Waden. Schmeiß die Axt weg. Nö, das ist der Krab. Hm. Doch, der ganz linke. Der Stahl-Schild. Asora-Schild. Der ist besser. Ja, viel besser. Das stimmt. Gut. Dann lass uns mal gucken. Wo der Schrein ist, der hier piept. Ja, wo rennt noch einer rum? Ja, mach mal Revali da hoch. Nimm den hier. Komm, mach mal Revali hoch. Hoch. Sieht da was? Ich seh nix. Bei meiner? Ich würd eher dann nochmal Richtung zu den Krogs gehen. Die waren da oben. Das sieht interessant aus. Was ist das da? Das sieht interessant aus. Da ist auch ein Krug. Ich glaub, da musst du ne Bombe legen. Jetzt hast du dich aber schön selber in die Luft gejagt. Essen. Ah ja. Ich würd eher die Gerichte essen, weil mit den Sachen hier kannst du ja neue Gerichte machen. Okay, lass mal. Wir brauchen die Sachen noch. Sonst müssen wir wieder so viel Wild und so fangen. Na, wo ist der Kleine? Hm. Doch, unter dem Stein da. Siehste? Ui! Du hast mich entdeckt. Sehr schön. Fünf haben wir nur. Das ist echt wenig. Okay, aber wo war jetzt diese... Wo war denn das jetzt? Wo wir das zusammenbauen mussten. Warte mal, dreh dich einmal nur die Kamera da oben irgendwo. Da ist Lava. Da ist der Titan. Was oben was dann ist? Ja, dann geh halt mal in die Richtung. Da ist Erd. Ja, das nehmen wir noch mit. Mit dem Erdbohrer. Erdbohrer, ich hab dafür gedacht. Ja. Ähm, da kommt doch öfter das Beste raus. Sehr gut. Noch ein Bärnschnitt. Darf ich mal ganz kurz bitte? Ich geb dir gleich wieder. Ich will mich nur kurz orientieren, weil da drüben ist der Schrein. Und ich weiß noch ungefähr, glaube ich, die Richtung, wo das war. Oder auch nicht. Da. Da war der Turm. Da war der Turm. Wir sind dann aber hier rüber gegangen. Ja doch, ich glaube, das war tatsächlich von da irgendwo. Ganz sicher bin ich jetzt auch nicht mehr. Kann auch noch weiter da oben gewesen sein. Ich bin ja nicht ganz sicher aus dem Seer. Welchen Schrein zeigt der denn hier immer an? Ist das der, den wir schon haben? Nee. Interessant. Wir gehen mal da oben auf die Spitze. Ja. Kann ich wieder? Lass mich noch bis da oben und dann geb ich dir wieder. Ich mag diesen Turm, die links zu haben, wo kein Läuf. Den Turm mag ich. Ja. Eigentlich mag ich den Turm von der Rüstung. Dieser Rüstung. Hier auf die höchste Spitze möchte ich gerne. Haha. So. Moment. Einmal kurz umgucken. Irgendwas Interessantes sieht. Wo wir denn als nächstes hin könnten. Da. Da kommen wir, da waren wir doch schon. Nee, das ist aber ein Kapp. Ein was? Das sind aber Gegner. Ja, aber warum sollen wir denn zu den Gegnern? Wir brauchen... Schreine und Türme brauchen wir. Die Türme haben wir alle schon gemacht. Vielleicht sind da noch ein paar Schreine. So, und anscheinend... Wo war denn das dieses... Hätten wir uns das mal besser markiert vorhin? Merkwürdig, dass ich das... Dass wir das nicht mehr finden? Hä? Wir sind doch von da irgendwo... Weißt du, ich suche da, wo wir diese Krog-Steine zusammensetzen wollten. Wo uns der ins Wasser gefallen ist. Das suche ich eigentlich. Aber ich finde es nicht mehr. Na ja, gut, dann gehen wir halt wann anders wieder hier hin. Dann lass uns mal auf der Karte gucken, wo wir als nächstes hingehen können. Äh, warte. Geh mal was raus. Wo würde es interessant aussehen? Warte, 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 warte. Da, wo überall Schreine sind, die wir noch nicht gemacht haben. Ähm, den da zum Beispiel. Und den markieren wir uns? Ne, brauchen wir nicht. Können wir direkt hin teleportieren. Ne, aber ich... Was hast du vor? Ich will den mit mir markieren. Ja, weil... Ich kann auch neue Strände... Ich würde... Ich würde den mit Gott markieren. Gott. Aber wir können doch direkt hin teleportieren. Ich wollte den mit... Ich wollte den mit Gott markieren. Du wolltest den Gott sagen. Schwimmen drücke beim Schwimm X, um die schneller fortzubewegen. Das kostet allerdings viel Ausdauer, also überanstrengend nicht. Aber wir werden mit unseren... Guck mal... Neun Zeichen der Bewährung haben wir... Schon... Mit unseren Zeichen der Bewährung keine Ausdauer nehmen... Sondern nur Herzen. Und zwar warum? Weil es ein Hateschwert brauchen. Genau, und dafür brauchen wir... 13 Herzen. So. Dann geh mal rein. Vielleicht haben wir ja Glück und du hast den Schrein schon gemacht in deinem... Account. Guck mal, ich schwebe. Denk halt nicht so. Ja. Kann so gut schweben, Zelda. Guck mal, röstest du Zutaten wie Pilze oder Fische? Verbessert sich der Geschmack, ihre speziellen Effekte gehen aber verloren. Ach so. Es gibt so viele Dinge in diesem Spiel, die man bedenken kann, soll, muss. Da haben wir noch. Ja, das lesen wir jetzt nicht mehr. Der heißt Jizuka Fui. Okay, das ist ein Stachelschrein. Kennst du den schon? Nein. Apparatur. Das gefällt mir nicht. Oh, das ist wieder so eine, wo man drehen muss. Ah, ich verstehe. Man muss die alle vielleicht auf eine Seite drehen. Lenk mal nach links jetzt. Darf ich? Willst du? Nein. Das ist gar nicht so schlecht, was du da machst. Äh, ja. Ich muss jetzt hier nochmal rausgehen. Perfekt. Okay. Es war natürlich nur Glück jetzt irgendwie. Wildes hin und her jonglieren. Du kannst schon. Oh, oder doch noch nicht. Soll ich das noch machen? Hallo. Darf ich mal gegenhauen? Hm. Oh, man muss laufen. Oh. Nein. Tu mir das nicht an. Verflickst. Komm mit einem Pfeil. Verflickst du. Ich war einfach auch zu langsam. Wir brauchen bald wieder neue Pfeile. So. Schnell. Da hinten ist eine Kiste. Können wir aber drüber springen? Ich gehe hier keine Risiken ein. Hä? Hä? Warum kommt das denn? Okay, warte mal. Schnell für die Kiste. Oh. Ja, wahrscheinlich für die Kiste. Bin ich aber jetzt zu faul für. Hm. Und wenn da ein Bärenstein drin ist? Ach, was soll denn da? Da ist nie und nimmer ein Bärenstein. Bärenstein findet man überall. Also ich meine, wir könnten natürlich... Oh. Ach, es geht nicht. Schade. Ich dachte, man kann den anhalten mit so einem... Hä? Hm. Wo ist er denn? Der kommt ja jetzt von hier. Ich meine, wir können natürlich jetzt probieren. Oh nein! Ja. Ja. Das war ja glorreich wieder. Glorreich! Muss ich jetzt wieder von Anfang an? Nein, muss ich nicht. Ach, Himmel. Aber ich kann den ja auch nicht mit dem Ding uns aufhalten. Es ist mir ehrlich gesagt zu mühselig. Was soll denn schon toll... Also ich hätte... Was soll denn da schon tolles drin sein in der Kiste? Bitte. Liebe Zuschauer, sagt uns, was in der Kiste war. Oh, hier ist noch so ein Rätsel. Ähm... Die Kugeln müssen alle in diese... Ähm... Die Kugeln müssen alle in diese... Äh... Die Kiste spät. Das ist ja so ein Rätsel. Wie ist der Kiste? Wie ist der Kiste? Wie ist der Kiste? Wie ist der Kiste? Nein. Hilfe. Ja, ja, ja. Gut. Langsam. Langsam. Eine Kugel da oben ist nicht gut. Jetzt ist die da unten runtergerollt. Muss das sein? Jetzt sind die beide wieder da. Es war so gut. Ja, es war kurz gut. Ich mach lieber nochmal Neutralstellung. Sieht so einfach aus. Nein, geh doch da rüber. Ja, jetzt. Juhu. Mann. Eigentlich war das gar nicht so schwer. Manchmal stellt man sich echt dusselig an in diesem Spiel. Hä? Sehr gut. Und das ist jetzt unser zehntes Zeichen der Bewährung? Ich glaube ja. Ja. Ich glaube es ist unser zehntes Zeichen. Der hat ja voll den lustigen Hut auf. Ja. Es ist unser zehntes Zeichen. Sehr gut. Okay, dann lass uns mal zurückgehen und gucken, ob wir irgendwo noch einen Schrein oder einen Turm machen können. Kann ich es auch machen? Ein Turm wäre jetzt gut. Ich hätte noch Lust auf einen Turm. Ich hätte noch Lust auf einen Schrein. Du willst noch einen Schrein machen? Ja. Na gut, dann lass uns auf der Karte gucken und hin teleportieren. Und die wir schon reingemacht haben? Wen gemacht? Das reingemacht haben. Man kann es ja auf der Karte erkennen. So, geh auf die Karte gucken. Hier, guck mal. Da haben wir direkt den nächsten. Den können wir auch machen. Der da. Du siehst, der ist in der Mitte noch rot. Und deshalb haben wir den noch nicht gemacht. Ja. Die Orange. Ja, Orange meine ich doch nicht. Rotorange.